Klassische Skalasysteme für kleine Serveranwendungen haben auch heute ihre Berechtigung nicht verloren. Umso mehr freuen wir uns, dass bereits seit 1997 eines der weltweit führenden HMI-Skaler-Systeme aus dem Hause GE vermarkten. Hallo und herzlich willkommen aus Bremen. In diesem BDEC-Video werden wir uns einmal Anwendungsbeispiele für klassische HMI-Skaler-Anwendungen etwas genauer anschauen. Mit GEIFIX haben wir dafür ein Produkt im Portfolio, welches die drei wichtigsten Eigenschaften in sich vereint. Diese sind mächtige kleinen Serveranwendungen, moderne Webtechnologie und natürlich maximale Betriebssicherheit. Was heißt das nun konkret? Nun, GEIFIX hatte von Beginn an seine absolute Stärke in der Netzwerkfähigkeit sowie in der robusten Architektur. GEIFIX ist das Produkt am Markt, welches ohne weiteres mehrere hundert Clients mit einem Server verbinden kann. Dass auf dem Server mehrere hunderttausend Datenpunkte verwaltet werden können, das versteht sich von selbst. GEIFIX hat mit dem Proficy Operation Hub ein flexibles Webfrontend bekommen, welches im Markt seinesgleichen sucht. Damit sind die Anwender in der Lage, hybride Lösungen einfach umzusetzen und klassische Client-Serveranwendungen dazu platzieren, wo der Anspruch an die Verfügbarkeit höher ist. Zusätzlich werden mit dem gleichen Engineering-Tool auch Web-Clients erstellt, die entweder den gleichen Informationsgehalt darstellen oder angepasst an den Anwendungsfall optimierte Sichten bieten. Damit wird die maximale Betriebssicherheit auf mehreren Ebenen erreicht. Das bezieht sich natürlich technologisch auf die seit Jahrzehnten verfügbaren Redundanzfunktionen und die erprobten Werkzeuge. Als zweites und ebenso wichtiges Argument ist die kontinuierliche Historie in der Produktentwicklung. Damit sehen Sie, dass Sie ein weltweit eingesetztes Produkt im Einsatz haben, welches immer und kontinuierlich gepflegt wird. Und Sie haben gleichzeitig eine schlüssige und funktionelle Migrationsstrategie dabei. GEIFIX ist aber nicht alleine. Rund um die SCADA-Anwendung gibt es viele hilfreiche Tools, wie zum Beispiel GE Prophecy Historian, das wir oben in diesem Video gerne für Sie verlinkt haben. Darüber hinaus bieten wir als WIDEK mit AIP, dem Alarm-Information-Portal, eine flexible Alarm-Weiterleitung auch an mobile Empfänger. Mit unserer Support-Erfahrung aus über 20 Jahren sind wir jederzeit kompetenter Ansprechpartner für alle Aufgabenstellungen rund um HMI SCADA, Historien, MES, Berichtswesen, Alarmierung und natürlich Cyber Security. Wenn Sie mehr erfahren möchten und eine Live-Präsentation basierend auf Ihren Anwendungsfällen erhalten möchten, dann zögern Sie nicht und nehmen Sie gleich heute Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bis bald!